recht herzlich willkommen zur 110 folge von city skylines ja wir waren hier unten zuletzt unterwegs haben hier wohngebiet gemacht das müsste eigentlich so sein oder ja ist so und ja ich glaube wir hatten hier zuletzt drauf geguckt und da können wir gerade noch so ein bisschen was hier weitermachen da haben wir auch schon was gebaut und dann können wir noch diese andere seite gerade noch fertig machen dann haben wir das auch hinter uns hier schön da fährt man rein und da fährt man raus okay dann machen wir das hier so ich denke mal bis dahin ist schon ok aber das bis dahin ging wohl doch nicht aber ist nicht schlimm jetzt ist halt passiert sind paar häuser weg pech gehabt dann machen wir da wohngebiet raus da hoch aus da hoch aus da hoch aus und da auch macht es jetzt hoch aus oder nicht also wir haben es weg gemacht alles klar jetzt muss ihn gemacht da auch noch hoch aus naja da müssen wir schauen da wollen wir auch hoch aus machen und hier machen wir auf jeden fall kleine häuser hin und das ist jetzt hier ein bereich wo ich sagen würde was machen wir damit naja da kann man schon mal kommerz hin machen so wird er auch noch kommerz hin machen die brauchen noch arbeiter und jetzt ist eigentlich gefragt na gut ja wie sieht es mit wasser da aus ist abgedeckt so aus wächst auch schon da so wir sitzen hier jetzt mit dem neuen wohngebiet und bussen aus gar nichts da rechts ja fährt hier lang fährt aber nicht hier rein dann würde ich jetzt fast sagen machen wir hier ach so da wollte man was mit einwandstraße und sowas machen dann machen wir das doch hier mal so die ein- und ausfahrt wollte man mit einwandstraße versuchen also hier port ist bereits belegt dann müssten wir das so machen wie ist es jetzt belegt ausfahrt das ist jetzt ein fahrt ja dann passt ja gut der feinfahrt ausfahrt haben gemacht das passt dann dann würde ich sagen machen wir noch eine bushalte geschichte hin wenn wir da einer dann haben wir doch da los so losfahren will er nicht nur machen wir da eine hin warum wir hier eine dort eine hin dorthin und schließen dann fährt da so ein schicker bus hin und her und hier das gleiche in grün da haben wir aber nichts zum reinfahren genauso wie da auch nicht also keine wechselbushaltestelle in dem sinne er hält jetzt hier eine roten ampel aber glaubt und das ist keine bushalte stelle ich würde jetzt sagen wir fahrten hier lang fahren dann hier rein fangen wir mal hier an die geht nirgendwo in die straße das ist alles sackgassen ich glaube diese nicht oder da dort dort doch so eine sackgasse ja dann machen wir da weg wohl die hätten wir an einer dann ändern wir das waren von dort noch da fahrten bis hier hin und die geht ja da hinten auch rum ne da lang, da lang, da lang, hier lang und da lang, kommen wir wieder raus, fahren da hin fahren hier lang, fahren hier lang, fahren hier lang, da lang, dort wieder raus, hier vorbei, ist hier irgendwo schon eine Bushaltestelle? Ich glaube nicht, ne? nee, da ist keiner nee, da ist keiner dann halten wir da an da an da an und schließen den kreis da wieder gut, sollte so gehen, oder? so, da sind schon ganz viele ausgezogen wieder da weil da die arbeitslosen sind, ne? denen fehlen die arbeiter so, hier hatten wir jetzt was gebaut, da auch also, ich glaube, das können wir erstmal so lassen, das ist erstmal gut geworden gut da ist jetzt gerade die Sonne am aufgehen, aber wie sieht das aus? hier ist dreckig hier auch und da ist auch ganz viel Stromproblem jetzt kommt der Strom wieder äh weil die sich, oder was, ne? kein Wind wahrscheinlich gerade gewesen und die sich ja, da müssen wir noch ein bisschen was mit der Wasserkraft machen, ne? Machen wir doch mal hier noch so ein Ding hin, oder? da, zwei ok können natürlich auch die anderen Sachen hier machen, ne? was haben wir dahinter noch? Atomkraftwerk wahrscheinlich, ne? Kernkraftwerk, genau das wollen wir aber nicht machen, oder? haben wir denn so ein Damm-Ergo? ich glaube auch nicht, oder? äh haben wir, oder haben wir nicht? ah, haben wir da, ne? Wärbelastung, ok 3.200 M-Belastung, was bringt uns das? Ausgangs-1600 Megawatt 3.200 M-Belastung, was bringt uns das? jetzt, äh nochmal weg können wir da auch was anklicken, ja? Ausgangs-Leistung 0 Megawatt ja, das ist ja nix, ne? 0 Watt das ist eine Baurene, sozusagen da da ist wahrscheinlich die Fließgeschwindigkeit auch maßgebend, oder sowas, ne? äh, Strom war das das aber eigentlich fließt das ja relativ zügig da, oder? da da ist ein See ja, weiß ich jetzt auch nicht, wo das interessant wäre, hier vielleicht zu bauen, oder was? geschätzte Produktion 16 Megawatt das ist ja nix, 32 0 Megawatt sogar da 48 da wär auch nix 16 da oben komm ich gar nicht hin, ne? da da ist die Grenze, wenn da wär nix zu machen auch nix bringt hier gar nix und das bringt ja auch nix dann können wir das auch abreißen, ne? kannst du ausmachen Vigilfenster aufrufen, ja verschieben geht nicht äh das ist null Leistung, ne? das reißen wir jetzt mal sofort ab das bringt uns ja gar nix dann ja, und nicht das Gebäude abreißen den Strom können wir dahin dann auch abreißen, weil der bringt genauso wenig so das spart uns ein bisschen Geld auch, ne? runter halt ich sehe jetzt auch nicht irgendwo hier und ich sage boah, das bringt's, ne? da bauen wir's hin 16 Megawatt hier, da, guck 128 Megawatt das ist es das ganze muss höher, ne? da muss man hinten aufstauen ah, hier so 128 Megawatt aber das bringt's irgendwie nicht so ganz hier das fruchtig nicht mit der Straße was ist hier passiert? Stand das da? Nein Stand weiter vorher 16 Megawatt 16 Megawatt da ist irgendwie keine Ahnung was da grad passiert das ist das Wasser was wir vom Wehr ab haben oder was abgebaut haben ja, hier oben zeigt sich schön blau alles an das ist der Strom, ne? das geht nicht 96 112 und die Dings, die Angabe, die hier ist ist 1600 Megawatt Ausgangsleistung tja die erreichen wir wohl hier nirgendswo 144 ja ok das Wasserkraftwerk das vergessen wir jetzt erstmal gut da fehlt Wasser dann bauen wir das da grad rein damit die Wasser kriegen sieht gut aus beide weg hier haben wir gebaut was haben wir da noch vom Bahnhof gemacht machen das im Busbahnhof und da ist der Bahnhof gegenüber was sagt der hier bediente Passagiere letzte Woche 0 auch cool, oder? da und da 515 das geht ja gar nicht dann, ne? das würde bedeuten wir müssen nachher noch ein paar Linien ziehen, oder? das wird mach weg, lass das bringt nix so Häuslebauer haben wir da noch genug frei hier, ne? ja Commerz fehlt da mal Straßen rein, das werden wir da vielleicht auch mal machen dann würde ich sagen machen wir auf jeden Fall Commerz noch hier hin und ja, das müssen wir anders machen hier äh so und die zwei machen wir noch dazu und hier können wir das glaube ich auch so machen, ne? dann geht das mit dem Commerz schon, ne? und wenn wir schon dabei sind, dann bauen wir doch noch die Straßen da mal hin warte, machen wir mal so neu machen wir mal hier rein genau und dann gehen wir wieder auf normale bauen die nach da da hin äh, super herzlichen Glückwunsch Megalopolis tatsächlich Megalopolis heißt das jetzt können wir hier unten noch was bauen Flughafen aber so weit waren wir zwischendurch, Mann, ne? einzigartige Gebäude gibt's noch Luxushotel Golfplatz und jetzt müssen wir wohl auch noch zu freischalten Monument sieht auch noch ein Schloss für naja, okay haben wir einen Meilenstein geschafft so, da hin doch hin dorthin da hin dorthin da hin so so und zurück passt und jetzt müssen wir nur gucken hier mal eine einbahnstraße reingemacht und hier wo die einbahnstraße raus dann obwohl da können wir es rein und raus lassen das ist egal nur da rein ach so nee ich weiß die wollten wir hier machen alles klar gut dann machen wir sie von hier aus nach der und dann dahin weil das die ausfahrt ja da einfahrt und der ausfahrt wunderbar dann noch wohnbewonk ne kommerz erst mal also das muss man umschalten da 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 obwohl das jetzt zu groß zu groß noch mal ruhig das gefällt mir so nicht dann da noch was da noch was da und dort die reine mit dem und dann wohnhäuser da schicken wir wieder vor rein das machen wir dazu und da auch und in der mitte wieder die klein so wunderbar wohnraum auch geschaffen gut wasser so dass man dann auch und ich glaube das sollte dann für die folge auch erstmal reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei sein bis dann tschüß Vielen Dank.